Hier ist Gartenvideo.com, mein Name ist Markus Kobold. Unser Thema heute Harkness und die persische Rosa, die rosa Persika. Die drei Ikonen sozusagen der englischen Rosenkultur des Peter Beals, dann die Bauschule Harkness und David Austin, die stehen eigentlich in jedem Jahr an der Chalice of Law Show aus hier sind wir im Stand von Harkness und versuchen sich gegenseitig zu übertreffen. Der Harkness stand ist seit zwei, drei Jahren gekennzeichnet auch durch die rosa Persika, die er ausstellt, seine eigene Neuzüchtung mit diesem charakteristischen roten Fleck, roten Herz in der Mitte, die der Rose ein ganz neues, fremdländisches, spezielles Gepräge geben. Er hat da verschiedene Sorten und ist der erste Rosenzüchter, der in der Art Rosen rausgebracht hat und wird sicher dann in den nächsten Jahren mit rosa Persika-Sorten von anderen Rosenzüchtern kopiert werden. Momentan ist er aber der einzige auf dem Markt, Harkness, der englische Rosenzüchter hier an der Chalice of Law Show.